die reliefs sind von guter qualität also jetzt auch gerade wenn du dir draußen die statuen ansiehst ganz meine götter und kultprobe hinterher würfeln was das überhaupt darstellen soll sehr gut gearbeitet nicht von zwergischer hand aber von von guten menschen aber sagt ihnen hat wie gesagt daran gekennbar beziehungsweise nicht sondern für dich dann deine götter es handelt sich dabei wohl um das ist dann nicht raja sondern der box box gestaltige öfter siehst wir wohl drei wunderschöne frauen um sich herum versammelt hat und die dann begattet das könnten wir dem maria tempel spenden so könnte ich meine schmache ein wenig wiedergutmachen wir sollten noch nichts dem maria tempel schenken was wahrscheinlich aus dem maria tempel kommt wenn ihr eure schmache wirklich wiedergutmachen solltet ihr ein neues stück anfertigen etwas in dem auch ihr beteiligt seid ja das ist auch eine gute idee aber das wird länger dauern ich dachte als provisorium nun ich denke ein provisorium ist genau das falsche ihr seid ein zwerg ich denke wenn es etwas länger dauert aber dafür umso meisterhafter ist es besser das klingt vernünftig ja ja solange der tempel so lange darauf warten kann würde ich das mit freuden tun ich habe bereits ein gutes wort eingelegt und ich denke etwas guten willen haben wir schon geschaffen wo das alleine das dass wir das da schaut euch das da an das ist eine darstellung welke les schaut euch das genau an was ihr diesen namen in den mund also ihr müsst mehr auf eure worte achten bitte und vor allem nicht hier den namen reden schaut euch die statuen ja ich schaue die stadt an welche genau meint also du kannst dich umschauen sind wie gesagt zu viele verschiedene statuen und er deutet wohl gerade auf eine die orange reihe ist das ist eine reihe statuen nein das kann sehr leicht verwechselt werden nein 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 das ist das ist eine reihe statuen keine sorge in der kunsturm wo ich ausgebildet wurde standen ganz ähnliche boltax bitte streitet doch nicht mit einem reihe geweihten darüber was eine korrekte darstellung seiner göttin ist was käras gerade viel mehr interessiert als die gotteslästerlichen ja aussagen eines zwerges ist das nebengebäude denn über die gesamte breite eures eigenen kleinen geländes kannst du boxen für pferde erkennen 12 stück könntest du da wohl unterbringen wo insgesamt dann auch noch überstände und auch einen dachboden für stroh pferdefutter also ein traum für ein reihe das ist eine wundervolle überraschung tatsächlich ich hatte mir schon sorgen gemacht wo wir unterbringen können und ich bin tatsächlich überrascht dass wir alle mit unseren werden auch gesund wieder zurückgekehrt sind ja ich mache mich dann direkt daran auf und er konnte die stelle mal genau ja ich habe wie gesagt auch noch ein eigenes kleines archiv und wenn ihr euch so ein bisschen umgesehen habe ein bisschen satt gesehen habe alle so ein bisschen dann den staub von den einzelnen gegenständen dann geputzt habt könnt ihr euch glaube ich so nach ungefähr zwei stunden dann hoch zufrieden im salon wieder einfinden und dort dann auf den ja ebenso staubigen im couchen beziehungsweise ja sitzgelegenheiten platz nehmen es gibt auch so sitzsäcke aber gerade wenn dann auch im salon eine couch angeboten wird mit kleinen beistelltischchen dann könnt ihr euch die so ein bisschen zurecht rücken und dann im obergeschoss eures neuen gebäudes platz nehmen was dann ebenso ein neues quartier sein kann zusätzlich zu dem was ihr in garath erst vor kurzem bekommen habt und wir sollten ja eine gründliche reinigung durchführen so kann man doch nicht leben in diesem dreck ihr wollt also eine haushälterin einstellen nun zumindest eine putzkolonne einmal durch das haus bestreifen lassen wenn wir dieses haus dauerhaft behalten müssen wir tatsächlich jemanden einstellen oder vielleicht sogar mehrere personen die das ganze instand halten ich hätte einen vorschlag ihr wisst doch diese kriegerin aus barbary nicht kennengelernt habe ihr wollt eine kriegerin als kurz voreinstellen nein natürlich fühlt sich sicher geehrt nein natürlich nicht aber sie könnte doch dieses haus in unserer abwesenheit nun zumindest verwalten und sich um die alltäglichen dinge kümmern ich weiß nicht ob sie das machen will aber es wäre trotzdem eine möglichkeit ich vermute mich dass eine kriegerin die vor allem im auftrag der gerade hier steht unbedingt dafür geeignet ist ja ganz eurer meinung das wollte ich auch sagen sie hat andere verpflichtungen richtig eine kriegerin hat ja andere aufgaben als irgendwo die hauswirtschafterin verspielen das ist richtig ich würde ja das als korrelier anbieten und im gegenzug kümmert sie sich um nun ja die täglichen verrichtungen also wenn ihr so dringlich sex haben wollt aber mir dann geht das einfacher auch echt darum geht es nein natürlich nicht also diese 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 unterstellung enttäuschter immer diese unterstellung ihr unterstellt mir die die niedrigsten motive weil die meist richtig sind das mit ihr vielleicht denken aber meine motive sind rein und edel ja okay nun gut wenn ihr das nicht wollt dann findet eine andere lösung also ich könnte sonst auch hier bleiben ich bin mir nicht ganz sicher aber wenn wenn er jetzt drin steht dass wir ihren handwerksbetrieb aufmachen können dann also staub potzen und wischen mache ich nicht aber wenn ihr wollt kann ich hier bleiben und vielleicht zimmer irgendwas zusammen mit hat der faktor oder was bauen kann ich nicht aber ich habe hier so ein paar sachen von abel mir und im streitwagen angesehen vielleicht zimmer ich ein paar streitwagen zusammen ich weiß nicht ich glaube wenn ich dann bist du weißt du und wenn ich verstehe das nein nein verstehst du nicht wenn ihr jetzt wieder gegen diesen schwarzen drachen zieht und weiß ich nicht vielleicht nach wahrung oder so wollte warum dann immerhin der schwarze drache dieser dieser untote mit dem vorberauch ist er glaube ich er hat doch doch traurig getötet und das glaube ich würde ihn mehr ehren wenn ich wenn ich irgendwas hier baue vielleicht auch ein paar statuen von von ihm oder so irgendwas mit stein irgendwas mit irgendwas mit mechanik keine ahnung ja aber werdet ihr denn hier denn nicht zu einsam ich weiß es nicht ich habe keine anderen zwerge gesehen also das was avianda sagte mit den äh zwergen die auf den elefanten reiten das stimmte ehrlich das waren ganz normale menschen die sahen einfach nur kleiner aus und sollte es hier nicht brillant zwerge geben dann von sie keine ahnung ich habe noch keine gesehen die grundschirm auf der durchreise händler überlegen ich glaube in fassad gibt es auch ein einer kolonie zwerge könnte man sagen also ich wollte ich bin mit ihr hierher gekommen wegen weil ja weil der hochkönig das sagte und eigentlich sollten wir ja nach garen aber das ist ja auch kaputt und aber wenn du wenn du alleine klar kommen würde dann ja ja ich denke schon es ist natürlich betrüblich dich hier lassen zu müssen aber wenn du denkst dass du hier deinen gefallenen freund besser ehren kannst ich habe zumindest keine lust die schwarze lande zu ziehen nicht wenn es um munddote geht das kann ich noch besser verstehen tatsächlich und igna ich denke wenn du es bist der auf das hier aufpasst dann können wir ruhig schlafen igna aber wenn du über deine verlust sprechen möchtest dann können wir uns gleich noch mal ein bisschen zeit nehmen ja das können wir gerne machen ich habe es mittlerweile auch gut gut überwunden aber gesagt stell dir vor ich begegne was was ist denn wenn wir haben traurig verbrannt aber stell dir vor wir wir sehen da drüben andere zwerge die tot sind gab da drüben gab es viele bing die allesamt verloren sind ja ich weiß ich weiß ich war mit xenos naja gewissen zeit zur evakuierung dort viel ist dort passiert kann verstehen dass du dann nun ja eine gewisse emotionale fallhöhe hast wenn du andere zwerge sehen würdest es ist ja auch furchtbar was dort geschehen ist wie viele unschuldige zwerge vermutlich zu untoten geworden sind kann das gut nachfühlen und es noch besser verstehen dass du hier mit deinem handwerk ein zeichen setzen möchtest für deinen verstorbenen freund immerhin bin ich handwerker das ist das was ich gut kann kann auch mich um eisbären kümmern aber ich kann mich auch um gepäck kümmern oder sowas aber das ist nicht das wie ich ausgebildet worden bin und ich kann traurig einfach besser werden wenn ich hier bleibe ja und so könntest du uns auch unterstützen wenn du hier die stellung hältst und hier ein ankerkopf bist für unsere sache in aranien nicht wahr ich schau mal die anderen an ja natürlich werden wir dir noch Hilfe besorgen müssen zumindest ein Gärtner und ein Hausmann Hausfrau ich weiß nicht was möglich ist ein Visier irgendein Haushälter oder so etwas ja Visier nennt man das alles hier ja Igna wenn wenn das euer Ruf ist dann dann wird da was dran sein wisst ihr was ich als erstes mache wenn ich Geld verdient habe dann kaufe ich mir einen eigenen Elefanten ja das ist das ist eine gute Idee der erste zwergische Elefantenleiter das gefällt mir die kauft ja einen Jungen sie prägen sich sehr sehr früh äh an ich würde dich vermissen Igna er kommt einfach wieder her ich meine das sah euer aus und wenn ihr irgendwelche anderen äh knirchen mit weißen Roben ankommen so wie du Isaron dann gebe ich ihnen einen Kuss von dir ja das wird sie sicherlich freuen kriegen sie ein paar Pilzuppen von mir oh sehr gut sehr gut du kannst auch etwas Bier brauen das hier in Zorgern das schweckt dir doch etwas frat naja genügend genügend Weizenfelder hat Aranien ja ah Bier Pilze Statuen Streitwägen schauen wir mal nach was äh ich so mit meiner freien Zeit tue ich bin dann noch jung da geht einem das die nächsten die nächsten 400 Jahre werden äh wir im Fluge vergehen ah da geht einem das Zwergenherz ja richtig auf Bierpilze ich muss nochmal mit der Madabasari sprechen immerhin gehört das Haus ja nur für 100 Jahre und weiß ich gar nicht wohin damit also da muss ich nochmal nachverhandeln 300 Jahre brauche ich sicherlich auch mehr damit ich jetzt das hier verwandeln kann das ist ja ein langfristiger Plan von euch aber ich hab da oben bei dem einen Zimmer da hab ich ein Zeichen an der Tür gemalt wenn welche von meinen Brüdern und Schwestern hier auftauchen sag denen einfach die sollen da hingehen ja ich bestelle ja ich bestelle grüße von Raphim und dann sagen die mal so sagen die mal mal ja vielleicht kommt dir auch nicht einer vorbei aber wenn dann worum dich äh dort unten ist eine verschlossene Schatzkammer vielleicht findet ihr dort noch etwas was ihr gebrauchen könnt ja so ein vorhin geschlossen hält mich nicht auf das dachte ich mir fühlt euch wie zu Hause könnte man sagen ähm naja also wenn das hier einmal ein Haus war von einem der während der Magierkriege also vor 400 Jahren oder so gelebt hat vielleicht sind da noch gefährliche Sachen im Keller ähm Isarun vielleicht solltet ihr mal gucken ja achso das Gebäude hat auch noch einen Keller ist das nicht ungewöhnlich für für aranische Gebäude ich dachte die Schatzkammer sei im Keller die ist irgendwo oben glaube ich die Schatzkammer ist schon oben also du kannst sehen dass es wohl sowas wie ein ein großes Schlafzimmer gibt das sowohl dem Erbauer der Villa gehört hat zumindest ist das größte daneben auch das Harem Zimmer ähm wo dann die ganzen Frauen dann äh genächtigt haben als das eben noch ein Patriarchat war und ähm da angrenzend dann die Schatzkammer ja ok dann habe ich das missverstanden im Obergeschoss ist das ok gut dann haben wir uns jetzt um die Villa gekümmert das klingt doch schon mal gut aber was machen wir denn jetzt naja aber Boltax hat natürlich schon recht ich werde mir alles ansehen ihr müsst auch entschuldigen Boltax ich wollte euch vorhin nicht so anfahren wegen des Namens aber ihr habt natürlich nicht den akademischen Hintergrund den ich zum Beispiel genossen habe mit solchen Namen müsst ihr wirklich sehr sehr vorsichtig sein ja ist schon gut das ist in Ordnung ich habe es ja selbst gemerkt ich hätte mir auf die Zunge beißen können aber da war es schon rausgeplutscht als wir spätestens in Joel Gormack als wir wieder raus waren also als es zu spät war da wusste ich auch dass das mit den Namen äh wie das funktioniert und dann haben wir Isarung getroffen haben wir sie kennengelernt faszinierend faszinierend was machen wir jetzt also wo gehen wir jetzt hin also wenn irgendeiner hier bleibt gehen wir jetzt nach Beilung und dann nach Warung und gucken mal ob wir irgendwas über den schwarzen Drachen rausfinden sehe ich das richtig? Ehrlich gesagt Ehrlich gesagt könnten uns die dort herrschenden Geweihten und Gelehrten weiterhelfen auf der Suche nach Informationen über den schwarzen Drachen Allerdings sehe ich ein dringlicheres Ziel im Mittelreich selbst Wo jetzt genau da brennt es ja an mehreren Stellen Na richtig also wir sind ja auf der Reise hierher schon in eine Zone gekommen in der schlimme Albträume herrschten Vielleicht sollten wir uns Vielleicht sollten wir dorthin gehen Die Finstermarkt wollte die gehen Nimm das doch nicht so Ich bin froh dass ich nie wieder träumen muss Ja das war furchtbar Ich weiß schon warum Zwerge nicht träumen Da ist doch auch dieser eine Mann hingegangen Wie hieß der nochmal? Mit dem wir rumgereist sind damals Wollst du anzuhören? Kann wohl so ein Anzuhören gewesen sein Ich weiß nicht mehr wie der heißt Der ist da auch irgendwo rumlaufen Richtig Vielleicht treffen wir den ja wieder Aber von wie aus können wir da hingehen Also ich hab da nichts gegen Ich weiß nicht genau was wir da machen aber da wird schon in sich irgendwas finden Ich schätze alles was uns hilft den schwarzen Drachen zu bezwingen ist äh positiv Also ich muss irgendwann nochmal diesen diesen Ach was standet auf diesem Zettel Ceran Ceran genau diesen Ceran der hat irgendwie diesen komischen Kelch den ich brauche Aber ich hab keine Ahnung wo der Mann ist und wer der Mann ehrlich gesagt ist aber Sag mal Isauron du wurdest doch auch von diesem Skalpell angegriffen oder nicht fehlt dir jetzt auch ein Stück vom Finger oder sowas? Äh nein nicht vom Finger äh hier aus der Seite Ja ist das ekelhaft So in ihrer Rippengegend Das wusste ich ja noch gar nicht Ja tut mir leid Hätte ich jetzt lügen sollen und sagen nein mir fehlt nichts Ich heume auf die Finger Sag mal was fällt euch denn ein? Es blutet ja gar nicht Ja ich steck euch doch auch nicht meine Finger in die Nasenlöcher Das wär auch ein bisschen eklig Ja eben Siehst du Igna das ist ekelig Meine Finger gewaschen Gestern Ich möchte trotzdem nicht eure Finger in mir haben Das ist widerwärtig Entschuldigung Also so ein Schlagring das ist natürlich ganz was anderes Igna den kann man da schon mal verstecken Aber die Wunde die Wunde von ihr ist ja viel zu klein Ach Ja egal Aber irgendwann müssen wir diesen Ceran dann nochmal auftreiben wobei ich glaube jetzt nicht dass das viel Eile hat Von mir aus können wir uns auch erst gerne diese Pinsten Ich soll es ja nicht so nennen Isarum Wie soll ich es nennen? Dapatien Richtig Es ist immer noch Dapatien Dann schauen wir uns erst Dapatien an Finde ich auch gut Dieser Bote in dem Traum dem wir begegnet sind Ja Erinnert mich nicht daran Aber ja Wollte der nicht auch dass wir irgendwas tun? Er wollte dass wir Drahtasor den schwarzen Dachen aufhalten Ja aber ich denke das ist eher so ein langfristiges Projekt oder nicht Also wir können da jetzt einfach hinreiten aber ich glaube dann sterben wir Ja das Ich meinte jetzt auch nicht konkret direkt sofort davor gehen aber vielleicht dieser Bote ja irgendwelche Hinweise hinterlegt oder so Oder Also Aber wir haben doch das letzte Mal gehört dass der Drache auch irgendwo da rumläuft in der Patien oder nicht Der soll doch jetzt im Wehrheim sitzen oder auch habe ich das falsch verstanden? So gehen zumindest die Gerüchte auf Sie nur wahr sind Das müssten wir vor Ort feststellen Und wenn wir nicht ihn auftreiben können wir vielleicht irgendwelchen von seinen von seinen Ja generell sind ja bei ihm Drachen aber vielleicht finden wir irgendwelche anderen Leute die ihm unterstehen irgendwelche Diener oder so und dann können wir die ausquetschen Aber die sind doch untot Ist es nicht sehr schwierig Untote auszuquetschen? Da habe ich nicht dran gedacht Scheiße Nun ich denke seine direkten Dagebenen werden nicht untot sein sondern Nun ja äh Nekromanten Genau Dann suchen wir uns dann Nekromanten aufs Maul und sagen er muss uns alles erzählen sonst klatschen wir ihn Wie immer besitzt er einen naiven Charme mit dem ihr das vortragt Ihr tut jetzt ja so als wäre das halt zu schwierig Wir können ihn auch einfach verzaubern und dann gibt er uns alles preis was er weiß Und danach verbrennen wir ihn Ja das ist doch ein toller Plan Wir hauen mir aufs Maul verzaubern ihn und verbrennen ihn Jetzt brauchen wir nur noch einen Ich schüttel nur den Kopf Okay Also wir gehen in die wir gehen nach Tapatien Müssen wir auf dem Weg noch irgendwas erledigen Sind irgendwelche Dinge auf dem Weg um die ihr euch noch kümmern müsst ist hier irgendwas keine Ahnung irgendein geheimer Pfeil des Lichts aufs Trag von dem wir nichts wissen oder sowas Ja davon würde ich euch auch bestimmt berichten Ja aber dann könnt ihr dir sowas sagen wie ja aber ich müsste nochmal nach Baborin weil ich müsste noch meine Tante besuchen und dann wüssten wir ja okay sie müsste nochmal nach Baborin versteht ihr? Achso ja Ich würde gerne von dieser Kriegerin verabschieden noch Wenn jemand sagt er muss seine Tante besuchen ist das unser Codewort in der Gruppe dass er etwas machen muss von dem die anderen nicht erfahren sollen Ich wusste nicht dass wir das haben aber ich bin eigentlich dafür klingt doch gut Wieso braucht ihr ein eigenes Wort für eure Fäkalien? Was? Nein Nein Ich vermute er meinte eine verschlüsselte Nachricht Ja Achso Die codieren Ja Aber ich verstehe den Sinn Warum sollten wir eine eine verschlüsselte Nachricht herausgeben an uns wenn wir davon nicht erfahren sollen Ja damit die anderen nicht folgen und man die dann nicht umbringen muss Ja Also Isorun hat bestimmt auch irgendwelche Dinge die sie für den Orden dann der Pfeile des Lichts macht Diese Geheimnisse doch einfach für euch Ja aber wenn Isorun jetzt sagt dass sie nochmal nach Barbourin muss und dann laufen wir ihnen Barbourin hinterher dann wäre das ja sehr hinderlich In der Tat Sie einfach folgt mir nicht Ja gut aber ihr kennt uns ja Ja und dann läuft man sich versehentlich doch über den Weg und dann ist das Schlamassel da Richtig Und dann muss Isorun uns alle töten weil sie das Geheimnis der Pfeile des Lichts beschützen muss dass die alle backen können Was weiß ich denn Ich schlage mir so die Hände vor den Kopf dann vereinbart ein Codewort Haben wir ja auch Also wenn jemand seine Tante besuchen muss dann stellen die anderen keine Fragen und ähm folgen dem oder der dann halt auch nicht Nun ich Ich vorigeine Vorschlagung wir Reisen nun zuerst in Richtung Pericum Wann wollen wir aufbrechen? Morgen früh oder bleiben wir noch etwas länger in Zor- Zor-Gun für einen oder zwei Tage? Ähm Ich würde gerne zumindest mit Irina noch ähm einmal reden über seinen Verlust Ansonsten können wir gerne dann sobald ihr wollt aufsprechen Nun ich hätte auch noch eine oder zwei Sachen hier in Zor-Ganz-Rolidien Ich denke ich bräuchte etwa auch noch etwa einen Tag Gut wie ihr wünscht Dann brechen wir in zwei Tagen auf Heute ist der siebte hatte ich gesagt ne? Ist das richtig? Der siebte Ja Ja Da haben wir schon einen Tag Nee haben wir noch nicht Dann Frage an euch Was wollt ihr in dem fortlaufenden Tag tun? Wir fangen von unten an Dann machen wir mit Keras weiter Was möchte Keras tun? Am liebsten würde ich ja eine Kamal-Queste durchführen dafür habe ich ja allerdings keine AP Von daher werde ich mich wahrscheinlich dauernd kümmern einen Gärtner zu organisieren Einen Gärtner, ja Und anderes Personal das hier gebraucht wird Ja Was möchtest du denn mit der Frau machen die du aus Kershal-Tarif ja nicht mitgebracht hast aber die du dort gerettet hast mit Jasine Ah genau ja Mit ihr wollte ich tatsächlich auch noch einmal interagieren vor allem nachschauen wie es ihr aktuell geht wie es ihr widerfahren ist und ja ich möchte auch vor allem mehr über sie wissen wo sie überhaupt herkommt und vielleicht würde sie einen guten Kandidaten abgeben um hier eine Position zu übernehmen damit sie in Sicherheit ist Also du möchtest ja eine Aufgabe in der neuen Heldenvilla anbieten? Ja außer sie hat ein wichtigere oder bessere Pläne Also sie hat gar keine Pläne sie hat ihr Leben in Kershal-Tarif aufgegeben sie hat damit abgeschlossen sie ist ein nervliches Wrack und wird ohne Hilfe ohne Beistand nicht weiter ihr Leben bestreiten können Nun dann möchte ich ihr doch helfen und ihr eine Perspektive ermöglichen Welche? Zunächst dass sie hier ein neues Leben aufbauen kann Okay also du nimmst sie nicht mit sondern du lässt sie hier am Haus Ähm ich werde sie denke ich definitiv hier lassen weil sie mitnehmen in die Gefahren wo wir höchstwahrscheinlich nicht lebend rauskommen ist nicht die erste Idee Gut dann kannst du dich den Tag mit ihr unterhalten und ihr auch nochmal so ein bisschen ja gib mir nochmal eine Heilkunde Seele Probe kannst du auch nochmal reinschmeißen natürlich natürlich Engel die 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 sind nicht nein